So, frisch rasiert für YouTube. Für euch alle und für mich natürlich auch. Ich habe hier gerade einen Blick gelesen. Erni Berni Ecclson ist nicht mehr Formul-1-Direktor. Oder Formul-1-Leiter. Er ist nur noch Ehrendirektor der Formul-1. Und die ganze Leitung der Formul-1 hat er abgegeben. Aber wenn man es gegeben hat, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall nur Formul-1-Leiter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.